Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch willkommen zu Stellaris. So, das hier ist, stellen wir mal ein neues Reich, die Folge 0 und zwar die Erstellung des Volkes, das wir hier im Let's Play spielen werden. Ähm, wie ihr seht, ich habe sämtliche DLCs, also können wir uns hier was Schönes zusammenbauen. Ich habe hier auch schon eine Idee, habt ihr vermutlich auch schon im Titel gesehen und zwar das Volk der Atlanta. So, unsere Spezies, die ist aquatisch. Ein schönes Volk, was, äh, unter, unter Wasser lebt, im Wasser lebt. Da gibt es einige ganz nette. So, gehen wir die einmal alle durch. Äh, wie wär's mit ihm hier? Der sieht doch schon so ein bisschen atlantisch aus. So, gehen wir mal weiter. Die Spezies. Das sind die... Nämlich die Atlanta? Ja, genau. Das ist das Volk der Atlanta. Die Spezies. Geht's jetzt. Plural. Atlanta. Ändert sich, glaube ich, nichts. Und... Atlant... Tisch. Genau. So. Die Namensliste für Schiffe. Nehmen wir was Aquatisches. Ähm, schauen wir einmal durch. Das gefällt mir gut. Overlord of the Abyss. Ja, das Schiffspräfix. Lassen wir mal bei ISS. Oder... Atlantische Kriegsflotte. AKF. Verteidigungsflotte. Genau. Atlantische Verteidigungsflotte. So. Was für Eigenschaften haben die Atlanta? Die leben ja unter Wasser. Dafür sollten wir... Einmal im Ursprung gehen. Und... Wir nehmen... Ozeanparadies. Seit ihrer Geburt lebt die Zivilisation ohne natürliche Feinde in Frieden. Was ihr ungehindertes Wachstum ermöglicht und ihr Reichtum beschwert. Der Effekt ist, die Heimatwelt ist eine Ozeanwelt mit reichen Vorkommen und Nahrung. Das nehmen wir. So. Dadurch haben wir schon die Eigenschaft aquatisch. Ähm... Dauern von Jobs. Das könnten wir auch nehmen. Aber agrarisch... Die sind auf jeden Fall nicht anpassungsfähig. Das sind... Wasserwesen. Die sind unter Wasser. So. Drei Punkte haben wir. Drei Eigenschaftspunkte und... Drei können wir nehmen. Ähm... Wir haben noch agrarisch... Erfinderisch... Fleißig... Intelligent. Das ist immer sehr schön. Das bringt uns sehr viele Forschungspunkte. Sparsam... Begabte Ingenieure... Könnten wir auch nehmen. Mehr Ingenieursforschung. Begabte Physiker. Auf jeden Fall müssen die Begabte Ingenieure sein. Um den Wasserdruck standzuhalten... Brauchen sie... Sehr starke... Maschinen. Also... Damit ihre Gebäude das Stand halten. Die schwimmen ja nicht nur umher. Sondern sie bauen auch unter Wasser. Begabte... Begabte wäre auch nicht schlecht. Max Fähigkeitsstufe Anführer. Die sind auf jeden Fall sehr begabt. Und... Gibt es noch was Schönes? Langlebig wäre auch sehr schön. Belastbar für Schadenverteidigungsarmee. Es ist ein sehr... Es ist ein langlebiges Volk. So. Die sind nicht anpassungsfähig. Aber haben Ingenieure, die sehr begabt sind. Sie sind im Allgemeinen begabt und langlebig. So. Der Name ihrer Welt ist... Atlantis. Das System nennen wir... Minoah. Und das Ganze ist... Ein Ozeanparadies. Ein Ozeanparadies. So. Die Architektur des Volkes. Das ist der aquatische Stil. Die bauen richtig schön im Wasser, unter Wasser. Das haben wir ja schon. Das Ozeanparadies. Die Regierung. Okay. Demokratisch gibt es das Möglichkeit. Oligarisch. Diktatorisch. Imperial. Auf jeden Fall nehmen wir mal hier die Staatselemente. Die sind Angler. Die Gesellschaft ist geschickt darin, die Gaben der Natur zu nutzen, um sich einen stabilen Zufluss an Nahrung und wirtschaftlicher Wertschätzung zu sichern. Effekte. Keine Limitierung für landwirtschaftliche Distrikte auf Ozeanwelten. Auf Welten mit feuchtem Klima werden Landwirte durch Angler und Perlentaucher ersetzt. Angler produzieren Nahrung und Handelswert. Perlentaucher produzieren Konsumgüter und Handelswert. Fügt die Eigenschaft aquatisch hinzu. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall. Wir haben Angler. Dazu nehmen wir die Katalyse. Diese Zivilisation konzentriert ihre industriellen Bemühungen auf die chemische Katalyse und hat so den Schlüssel zur Verwendung organischer Materialien für den Bau von Weltraumstrukturen gefunden. Er setzt Metallogen durch Katalyse-Techniker. Katalyse-Techniker machen aus Nahrung Legierung. Genau. Wie ich mir das vorstelle ist, sie leben auf einer Ozeanwelt. Die können nun mal keine Landwirtschaft betreiben, sondern müssen jagen. Dort gibt es riesige Unterwasserwesen, deren Schuppen und Knochen härter sind als jede Beteiligung und daraus fertigen sie ihre Raumschiffe. So läuft das Ganze ab. So. Das Volk selber ist recht militärisch. Es hat eine kriegerische Vergangenheit auf dem Planeten gegeben. Dazu sind sie spirituell. Jedenfalls ein wenig. Und sie... Schauen wir mal durch. ...sind auch autoritär. Es gibt eine starke Führung. So. Und einen großen Herrscher. Der wird... Das Ganze ist diktatorisch. Das ist... Das Volk betreibt eine Wahlmonarchie. Es wird nach dem Tod eines Herrschers ein neuer gewählt. Aus den großen Häusern. Und so ist das Ganze... Das ganze politische System aufgebaut. So. Die Stimme. Genau. Wir bleiben... Wir bleiben bei Aquat. Der Name. Schon mal... Okay. Der Name des Reiches ist... Genau dasselbe wie die Welt Atlantis. Oder wir nennen es... Königliches Atlantis. So. Die Flagge. Was schönes Zoologisches. Gehen wir mal von oben durch. Blockartig. Nein. Unternehmen. Auch nicht. Herrschaft. Irgendetwas, was... Schön zu Wasserwesen passt. Mensch. Nein. Legion. Pirat. Das hört sich da auch gut an. Spitz. Rund. Ähm. Der hier. So ein schöner... Unterwasser Drache. Jetzt müssen wir nur noch die Flagge selber aufbauen. Ein dunkleres Blau und Sekundärfarbe. Könnte noch ein kompletter Blau bleiben. Ja. So machen wir das. Ein Wasserwesen auf blauem Grund. Schiffsdesign. Da ist es auch klar... Aquatisch. Das ist die... Schürrle-Kovette. Dann der Zerstörer. Schauen wir mal alle durch. Ich finde sie sehen echt gut aus. Ja, ich bin schon ein Zweit. Der Kreuzer. Das Schlachtschiff. Der Titan. Ein riesiges Schiff. Konstruktionsschiff. Kolonieschiff. Das Forschungsschiff. Das finde ich auch sehr schön. Wie es hier sich aber rumdreht. Der Kern drin. Das Wasser. Oder Energie. Energiekern hier. Dort ist die Zitadelle. Eine schöne, große Sternbasis. Der Koloss. Damit kann man ganze Welten vernichten. Und der Juggernaut. Der Bau des Juggernauts ist für jedes Reich ein großes Unterfangen. Diese gewaltigen Schiffe fungieren sowohl als mobile Werften als auch Versorgungseinheiten. Und Juggernaut ist halt gigantisch. So. Das nehmen wir. Der Herrscher. So. Herrscher ist. Der König. Der Name ist eigentlich egal. Hansa Kuhn. Genau. Den nehmen wir. Und damit hätten wir auch unser schönes königliches Atlantis abgeschlossen. Wir sind eine theokratische Diktatur. Mit den Angler- und Katalysefähigkeiten. Autoritär. Militaristisch und spirituell. Wir sind aquatisch. Nicht anpassungsfähig. Begabte Ingenieure. Begabt und langlebig. Und das Ganze ist auf dem Ozeanparadies. So. Ich werde mir das Ganze mal speichern. Und. Dann. Sind wir ja auch durch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In der. Ja Folge 1. Wo es dann auch richtig los geht. Ich werde versuchen das Ganze. Etwas. Rollplay mäßig zu machen. Das gefällt mir eigentlich immer so gut an. An Stellaris. Die Geschichten die da sind. und da werden wir auch auf die Eigenarten unseres Herrschers eingehen. Auf die Volkseigenarten. Und. Dann schauen wir mal. Was für eine schöne Geschichte dabei rumkommt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.